Komm schon Mann, ich hole dich gleich ein. Nicht zögern, nicht wackeln, nicht... Das tut. Use all your senses together to find prey. Kill. Ach komm. Ich brauche wahrscheinlich eine kleine Rampe zum Hinkommen. Au. Killing should not be meaningless. You must use what nature gives us. Good. Now to use what you have taken from nature. Crafting. Pistol holster. Nice. Crafted. Pistol holster. Nice. Ah, ja. With these, you can keep your pistols close. Achilles has one more thing to show you. Complete your training. Achilles. Meet. Okay. And then. Ich bin der Kling. Dann wollen wir mal sehen, ha? Ich höre, dass du ziemlich die Marksmann geworden bist. Danke, Mentor. Danke, Mentor. Whoever controls the artifacts can access precursor sites of power. We must recover them or none are safe. Mission complete. Or remain undetected. Ja gut, das kann ich dann irgendwann nochmal nachholen. Volle Synchronization. Synchronization. Anonymous database Achilles. Skin. Wunderbar. Bone rabbit pelt. Eigentlich auch noch einer. Ja. Wie gesagt, ich weiß, dass ich die brauchen werde. Ah. Sekunde. Okay. Okay. Ach. Ja. Ja. Hoppla. Oh, ich werde ja so grau. Und zack bin ich grau. What the. Okay. Habe ich keinen? Na? Inventory. Ups. Na ja, gut. Und woher? Woher geht? Woher geht es? Woher geht es uns? Woher geht es uns? Es ist nicht so, dass du einsetzt ohne einen Plan. Plan oder kein Plan. Wir wählen unsere eigene battlefield. Und hey. Wir kennen die meisten von diesen, wenn wir auf der Erde. Ja. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir haben heute einen Karte. Ich konnte das nicht so viel mehr auf die Erweiter nicht einsetzen? Herr, Achilles. Ich bin auf jeden Fall. Hab ich einen Karten. Daz. Oh. Oh. Oh, wo war doch... Was ist mit Available? Kraft, help upgrade. Oh, Crafting is unavailable at this time, okay. Leave it time, Shay. Do this for him, for us. And do much more than earn his trust. Liam, do you know what Achilles writes about? I see him in his office all the time, bent over his papers. He keeps records and accounts. Studies what little is known about the pieces of Eden. And of course... Oh, that's floating great. Of course. Liam, you can be a right horse's arse when it comes to assuming everyone knows the same as you. It cannot help if Achilles wants me to be familiar with our counterparts in Europe and elsewhere. Said like his favorite son. Connor's his favorite, and only son. And Achilles is there. Connor may inherit the house, but you'll be mentor. We'll see. Whatever you say, Prince Regent of the Assassins. You call me that again, I'll throw you in the ocean. Can I get them all in? Can I get them all in? Really? Can I get them all in? Can I get them all in? Or so? plus Das ist wahr. Wunderbar. Ich habe einen Schiff gefunden, Captain! Schau dich sicher! Blutiger Mann, du schickst den Wind! Du schickst den Wind! Schau dich für den Implanten! Schau dich alle! Lass uns gehen! Das ist so gut, aber du! Du schickst den Wind! Wir haben ihn hier! Feuer an unseren Minden! Okay. Okay, wir sind mit Boarding. Kann ich jetzt einfach hier rauf und die boarden, oder? Ah, Klappe. Oh. Oh, da ist noch eine Leiche. Ah, das war nicht der Plan. Pick up weapon. Theoretisch könnte ich... Okay, alle, die ich nicht persönlich getötet habe, die kann ich auch nicht looten. Okay, ist fair. Hm, loot 10 bodies. Warte mal. Ach, pick up body. Okay. Dann würde ich sagen... Ach, komm mal nicht hin. Wenn ich... Drop. Okay. Scheint kalt zu sein. Mal gucken. Oh, kann ich jetzt? Kann ich jetzt? Moment, ich müsste... Crafting. Ah, health upgrade. Wunderbar. Weapon rack. Jacked. Mal sehen. Komm mal da. Offits, swords and dagger sets. Ah, da brauche ich ein bisschen Kohle für. Hm, okay. Ich nehme aber an, ich brauche für einiges ein bisschen Kohle. Von daher... Gehen wir dann doch mal wieder an Bord. Auf Bord. An... Ich muss aufhören zu sprinten. Das... Kampners, Held. Blue's Bates Sails. Dauß die Räuel, die Troth. Moment. Hey hey. We're going to hit them. Ready to march to Earth. Blue's a trip to. Ja gut, war vielleicht mein Fehler. Vielleicht hätte ich ja auch borgen können mit... Naja, wer weiß. Oh, das hat geknirscht. Okay. Scheint ein bisschen größer zu sein, wo ich hier bin. Kann ich... Ich habe keine... Okay, irgendwie habe ich keine... Keine Map hier. Oh, da ist ein Krähen oder sowas. Au, 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 schau. Ich glaube, ich habe das Zweite auch noch erwischt. Die Trefferrate ist ziemlich... Äh, hat einen ziemlich weiten... Zwei weiten Kegel, den es trifft. Hm. Komisch, da sind auch Templer unterwegs. Okay, also ich kann mit denen nichts anfangen. Ich kann bloß hier... bisschen looten. Erfahrung sammeln. Meine... So einfach geht das. Was ist hier? Get Ammonition. Nice. Einfach mal nachladen, ha? Hm, da hinten sind noch zwei. Äh, pfeifen will ich nicht. Ich wollte eigentlich den... Hm. Okay. Theoretisch habe ich jetzt fast alles. Reform ten... Äh, au. Hm. Jetzt schon. Hm, okay. Meinetwegen. Hm. Okay, hier scheint nicht viel mehr zu sein. Du dann, stopp' nicht! Doppel Assassinations, meinetwegen. Wenn ich die so einfach hinbekomme, dann nehme ich die natürlich. Ansonsten, ja. Oh, ein Biber. Biber, die kann man auch gebrauchen. Biberpilze. Äh, vor allem rennen die nicht so schnell weg. Tut mir zwar leid um die Biber, aber... Ich meine, andere Zeiten, ne? Äh, da ist noch eine Kiste. Und irgendwo hier... Ach, ich musste mal gucken, dass ich hier auch die... Ich muss auf meine Minimap quasi gucken. Hm, da ist die Kiste. Nicht, dass ich noch hier irgendwie... Irgendwas übersehe. Weil da hinten habe ich auch wieder... Irgendwie der... Ja, da. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Lass mich noch kurz... Ah, da oben. Ah, ah. Ja, gut. Da bin ich natürlich nicht hoch. Ah! Aha! Ah, und da sind wir auch am Aussichtspunkt. Und da... War... Abgesehen davon, dass ich hier schon hoch muss. Ah, der Rast. Wunderbar. Damit habe ich fast alles. Da fehlt mir nur... Dieses... Das komische Abzeichen. Da müsste ich noch mal gucken, was das ist. Dass ich das bekomme. Und, ähm... Ja. Ah, ja. Restricted Area. Ah, ja. Kapuze auf, weil Restricted, ne? Okay, hier... Ah! Okay, da haben wir's. Ach, ein Brief. Ein... Letter. Tatsächlich. So, dann würde ich jetzt mal gucken... Crafting... Ship Upgrades. Ich... Ah, ich könnte... Ich habe genug, um mir Waffen zu kaufen. Aber Crafting ist erstmal... Interessanter. Äh... Available. Pistol Ammo Pouch. Pistol Holz, da habe ich. Pistol Ammo Pouch. One. Ähm... Ähm... Ich denke, das hätte ich vorher machen müssen. Befeuchten mir Munition hole. Aber, naja. So. Die einzige Sache ist jetzt... Ich müsste eigentlich gerade mal aufs Klo. Deswegen... Äh... Gib mir eine Minute und dann... Äh... Bin ich wieder da. ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich weiß nicht, mit dem Boarding, ich würde ja gerne boarden, aber ich finde dann in dem Moment Boarding Restricted Area, du mich auch Kann ich die jetzt nicht? Gunboats Okay, wo haben wir überhaupt Ah, da haben wir sie Oh, warum waren wir nicht noch da oben? Na ja gut, äh Äh Obwohl, lass ich grad mal Optionen Controls Grenade Launcher Da, Ship Controls Slow down, release wheel, boarding Okay, boarding ist S Also wenn die sagen, bereit zum boarden Einmal S drücken Mal gucken, ob ich irgendein Schiff dazu bekommen kann, dass ich boarden kann, aber Werden wir dann ja sehen, ne? Ja, folgen wir mal unserer Quest, sonst wird das alles hier ja nicht Oh, ich glaube, ich könnte mich, äh, ein wenig verzettelt haben bei der Stärke von dem Schiff Sind die irgendwie Sind die irgendwie doof oder so? Ah Wer wird wen rammen? Oh, das ist ein Ramboot Können wir Oh 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 Oh